Ja, da schaust du, Schätzchen. Darf ich vorstellen? Sheila Rubin von Fit mit Sheila. Wie heißt denn die Farbe von dem Knallerfetzen? Entchen? Oka, denk an dein Ziel. Ich möchte eine eigene Lifestyle-Marke sein. Wir wissen, was wir tun. Geh da raus und mach dein Film, Ding. Ein Video, kein Film. Was es auch ist. Es interessiert ihn nicht. Ich bin das Original. Du hast mich beklaut. Nein, das ist alles von mir. Das sind meine Hingungen. Und die Konsequenzen deiner Wut sind? Negative Schwingungen. Und wer will schon schlecht drauf sein? Ich will mein Unternehmen weiterentwickeln. Du hast doch Fans. Aber ich will das hier. Da raus ist, marschiert ihr und atmet ihr schön, ja? Mein Name gehört mir. Mein Unternehmen auch. Ich habe das Sagen, mir schreibt keiner was vor. Willst du meine Geschäftspartnerin sein wollen? Unter einer Bedingung. Keine Geheimnisse. Geheimnisse? Sie hat mir alles genommen. Dann holen wir es uns zurück. Veränderung ist Teil des Lebens. So wie Wachstum. Aber auch Verlust. Schmerz und Reue, das wird niemals klappen. Das ist meine Sache. Ich bin Teilhaber deiner Sache. Was denken sich Menschen, die sich so verhalten? Wollen sie für mich arbeiten oder versuchen sie mich zu ersetzen? Chilas Karriere geht steil nach oben. Schluss mit Defensive. Was ist dein Ziel? Ebenwürdigkeit oder Vergeltung? Vernichtung. Müssen wir nicht langsam raus? Ich weiß nicht, ob das so gesund ist. Quatsch, die Dinger sind sicher. Sonst könnten sie die doch nicht verkaufen. Ach, stimmt auch wieder. Müssen wir nicht machen.